und ein herzlich willkommen auf meinem kanal timo.tv wir spielen heute wieder horrorfield und wir benutzen jetzt meinen schlüssel wieder so let's go und zählen wir noch eine karte das wir den den gary freigeschaltet haben den namen bald freigeschaltet wir haben 14 karten und es fehlt noch eins und ja so dann man macht er direkt rot verstehe ich nicht oh fuck alter renn um dein leben lauf um dein leben lauf warum ich reich warum ich reich dreimal um hilfe ja um angst ist er zurück wie hilfe her komm her hilf mir ich will sterben ich bin behindert boah da kleine wichser boah da kleine wichser roh da kleine wichser roh da kleine wichser Schade. Oh mein Gott, das werden wir nicht schaffen. Komm schon. Warum schreie ich immer um Hilfe? Ey, kann doch nicht wahr sein. Aber ich... Ja, danke, danke. Dankeschön. Tschüss. Wir sind jetzt alle zu viert, ey. Vierer Gang. Ey, die Opas, ey. Die sind echt... Hilfe. Ich hoffe, sie sind jetzt einfach mal hinterher. Nasakura. Scheiße. Boah, hab ich Glück gehabt. Hab ich Glück gehabt. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Wie knapp das war? Eigentlich könnte der jetzt... Hätte sich jetzt entscheiden müssen, ob der mich nehmen wollte oder den anderen und der hätte sich mit dem anderen mal genommen. Das erste Mal, dass ich so was erleben darf. Nasakura, ich rette dich. Schreie. Ach, hey. Ja, hey. Ach. Ich bin mal nah. Ach. Enf. Ach. 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 Hey! Bitte. Komm, komm! Nein! Nein, fehlgeschlagen. Wahrscheinlich ist einer schon gestorben nach vorne. Miese Zeiten. Miese Zeiten für mich. Oh weia. Kann mir jetzt jemanden hier helfen? Oh weia. Boah, dieser... Haben die echt gar nicht verdient ey. Haben die auch echt gar nicht verdient. Ohne Witz. Haben die... Außerabhauen, ne? Das können die am besten. Außerabhauen. Was ist denn schon stehen kann? So, wie man, let's go here. Ich sehe ihn. Oh nein! ив oh weia ich werde schon wieder so verkacken was sehe ich jetzt schon kommen was sehe ich jetzt schon kommen ich hätte so richtig verkacken oh man bleibt schon an hier bin ich blöd geht doch die tür ein ab mit ins käfig sehr interessant da ist wohl einer er hat er jetzt nicht ernsthaft befreit doch komm schon komm oh nein wo sind die jetzt habe ich das jetzt so sonst angemacht oder okay okay dann schreit um vor hilfe davon okay nur noch einen nur noch einen wo könnte denn sein den haben wir ja ja komm mal her warum rennst du denn so schnell von mir weg und wir haben es geschafft geil man jetzt verbessern wir den oder sagen wir ja komm verbessern wir jetzt den monster wenn wir den monster verbessert haben können wir uns diesen charakteren holen ohne witz hat doch echt lange gedauert abonnieren nicht vergessen liken nicht vergessen habt nur einen angenehmen tag ciao bei du w du w 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